Dürre ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch ein Wechselspiel zwischen der Verfügbarkeit und dem Wasserbedarf von Organismen. Dürre tritt oft in Gegenden auf, wo Kontinentalklima herrscht. Typologie von Dürreereignissen Im Allgemeinen werden drei Typen von Bedingungen als Dürre bezeichnet. Meteorologische Dürre respektive klimatologische Trockenheit entsteht, wenn Niederschlag über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich fällt. Hydrologische Dürre ist zu verzeichnen, wenn die Pegel der Gewässer unter einen Normalwert fallen und die Wasserreserven in den Seen, Wasserreservoirs oder Wasserspeichern unter den statistischen Durchschnitt fallen. Die Form ist die langfristigere Folge der meteorologischen Dürre. Bodentrockenheit und in Folge landwirtschaftliche Dürre ist gegeben, wenn ein Wassermangel im Wurzelschicht des Bodenprofil herrscht und es zu wenig Wasser für eine durchschnittliche landwirtschaftliche Produktion von Nutzpflanzen gibt. Das kann an lange dauernd zu wenig Niederschlag liegen, aber auch anderen Gründen für absinkenden Grundwasserspiegel, aber auch ein prinzipielles bodenkundliches Charakteristikum eines Bodens oder Landstrich sein. Dürreperioden können regelmäßig auftreten, je nach Klimaprofil oder ein Ausnahmeereignis sein, das Wochen, aber auch viele Jahre anhalten kann, oder ein weitgehend permanenter klimatologischer oder regionaler Zustand, der sich in erdgeschichtlichem Maßstab wandelt. Zur Quantifizierung von Dürren gibt es verschiedene Systeme, etwa den Palma-Dürre-Index, mögliche Folgen von Dürrenengpässe in der Wasserversorgung, geringere Ernten, steigende Preise für die geernteten Güter, weniger Viehfutter, steigende Preise für tierische Produkte, Behinderung des Schiffsverkehrs wegen des geringen Wasserpegels, Engpässe in der Stromversorgung, Wärmekraftwerke müssen vor allem im Sommer ihre Leistung drosseln, Waldbrand- und Steppenbrandgefahr, Bodenerosion, Sand- und Staubstürme, historische Dürren, Liste historischer Katastrophenheiße oder Dürrejahre in Deutschland 1857 gab es eine Dürre in Deutschland, 2003 war ein sogenannter Jahrhundertsommer, etwa vom 1. bis 15. August 2003 gab es eine Hitzewelle in großen Teilen Europas, In Deutschland war das erste Halbjahr 2011 extrem trocken, das Wetter in den Monaten März, April und Mai 2011 fasste der deutsche Wetterdienst-Tour, so zusammen, mit 10,1 Grad Celsius, zweitwärmstes Frühjahr seit 1881, der sonnigste Frühling seit Beginn der Sonnenscheinmessungen im Jahr 1951, Sternchen extreme Trockenheit besonders in der Mitte Deutschlands, Mit im mittelspärlichen 88 Litern pro Quadratmeter im Durchschnitt fallen sonst 186 L erlebte Deutschland den zweitrockensten Frühling, seit Beginn der Missungen vor 130 Jahren, den meisten Regen erhielten noch die Gebiete am unmittelbaren Alpenrand, Punkt, 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 Am trockensten war es im südlichen Rheinland-Pfalz, im nördlichen Baden-Württemberg, in Hessen, in Unterfranken und im südlichen Thüringen, Punkt, 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 Vor allem die Landwirtschaft litt unter der großen Dürre, so waren die Wiesen zwar früh schnittreif, die Erträge an Heu und Grassielage aber nur gering, das Getreide blieb im Wuchs zurück und zeigte Ende Mai deutliche Anzeichen der Notreife, im Mai waren die Pegel der meisten deutschen Flüsse so niedrig wie seit etwa 100 Jahren nicht mehr zu dieser Jahreszeit, Eine weitere Trockenheit schien sich im Herbst 2011 anzubahnen, nachdem bereits September und Oktober unter durchschnittliche Niederschläge brachten, zeigte sich der November-Rekord verdächtig trocken, er wurde gebietsweise der trockenste November seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, Bayern betreibt seit 2008 einen Niedrigwasser-Informationsdienst, Er informiert online über Niederschläge, Grundwasserstände, Wassertemperaturen und Wasserstände an Flüssen und Seen, so erhalten Wasserversorger, Landwirtschaft, Wirtschaft oder Tourismus aufbereitete Informationen und können Vorsorgemaßnahmen einleiten, Kommunen können beispielsweise Rasensprengen einschränken, Landwirte ihre Bewässerung anpassen und wasserintensive Industriebetriebe ihre Produktion umstellen, Von lang andauernden Trockenzeiten, die über das durchschnittliche Maß hinausgehen, sind in Europa vor allem die Mittelmeerländer betroffen, Ein solches Jahr war vor allem 2007, wo es in Griechenland, Spanien und Portugal zu monatelangen Dürren und zahlreichen Waldbränden kam, stellenweise fiel fast der gesamte Wald den Flammen zum Opfer, was teilweise auf Brandlegungen der Bodenspekulation zurückgeht, Neue Gesetze für ein langjähriges Bauverbot sollen dies verhindern, In weiten Teilen Spaniens herrschte von früher 2007 bis 2010 extreme Dürre, In einigen Provinzen regnete es 18 Monate lang nicht, Der Niederschlag war 2007-08 regional sehr unterschiedlich verteilt, Während am Mittelmeer die anderthalbjährige Dürre herrschte, gab es im April 2008 Überschwemmungen in Andalusien und in den spanischen Nordprovinzen, Die regionalen Behörden bekämpften den Trinkwassermangel an der Küste mit Entsalzungsanlagen, was allerdings für die Bewässerung der Kulturen nicht ausreichte, Ab Beginn 2008 wurde daher der Einsatz von Tankschiffen geplant und an die EU-Solidarität appelliert, Die wasserreicheren Nordprovinzen lehnten einen Wassertransport in den Süden ab, Siehe auch, Feuerspeinerdrache als Symbolisierung einer Dürre.